Wo kommst du? In den Müll! Nein, seht's? Ich muss da... Jetzt hat sie es ja. Ich droht selber dahinten. Kommen wir da? Au! Jetzt hast du mich ein bisschen. Das ist ja gar kein Staubmaus. Das ist ja echte Maus. Bist du deppert? Die hat sich ein Staubmaus verwandelt. Das ist eine richtige Maus. Ein richtiges... Ein Harzmaus. Alter, wie krieg ich denn da raus? Ich bin jetzt... Zertreten! Nein, das ist ja ein Staubmaus. Gescheiße! Jetzt ist da hinten... Tun wir ja nichts. Tun wir erst... Jetzt ist es hin. Na ja, jetzt ist es hin. Zum Glück nicht ein richtiges Maus. Nur ein Staubmaus. Ich leb noch! Du Trautl! Hehehehe!